Hallo alle zusammen, ich begrüße euch mit meiner leuchtenden herbstlichen Dekoration. Als erstes zeige ich euch hier einen Tisch, eine Tischdeko in einer alten Backform, so eine Gugelupform. Die wurde bei uns aussortiert, weil wir hatten welche von Oma, von Mutti und so weiter. Und fünf Formen braucht keiner, also wurde jetzt eine für die Deko ausgesondert. Als erstes binde ich einen Kranz aus Mühlenbeck hier. Ja, das habe ich zurückgeschnitten im Garten und es ist in einem Topf immer ganz fantastisch. Im Garten kann es wirklich ganz extrem ausarten und dramatisch werden. Deswegen, ich habe zwar das jetzt an einer Stelle, aber ich muss mal gucken, dass ich das irgendwie alles wieder in die Töpfe zurückbekomme. Ich habe den Rückschnitt einmal geteilt und dann das abgeschnittene Ende und dieses struppige Ende, was man so oben hat, halt die Spitzen so zusammengebunden. Dann habe ich das auf die Backform gelegt, um zu gucken, so wie groß das ungefähr sein muss, hier mein Kränzchen. Und dann gehe ich jetzt ganz locker und leicht mit einem, der ist jetzt braun, einem Mürtendraht drumherum. Das wird also kein extrem fester Kranz, sondern so ein lockerer. Sieht auch ein bisschen struppig aus. Wie ihr seht, steht da rechts und links überall noch so ein bisschen was raus. Wenn man das nicht mag, schnippelt man das einfach ab. Auf jeden Fall ist der sehr luftig und leicht, aber trotzdem stabil genug für die Backform und für die Dekoration. Hinten verzirbele ich den Draht und schon ist das erste Element für meine Backform fertig. Jetzt habe ich so eine Menge kleine Chrysanthemen gekauft. Die gab es recht günstig beim Discounter. Da waren so sechs Stück mini kleine Pflanzen in so einem Behälter. Die gab es auch in verschiedenen Farben. Ich habe mich jetzt hier für diesen Ton entschieden. Und es ist also ganz einfach, ich setze sie alle ruckzuck dort hinein. Ich werde die Backform nicht durchlöchern, weil wenn ich es jetzt draußen stehen habe, im Regen wäre das schon sinnvoll. Damit das Wasser nicht da drin steht und die Wurzeln und die Chrysanthemen vergammeln. Ich habe es auf der Terrasse stehen, die ist überdacht. Und ich kann da die Wassermenge, ich zugebe, immer ganz genau dosieren, sodass ich da unten nicht dieses Abtropfsystem brauche. Und jetzt habe ich in der Mitte ja diese Erhöhung von der Gugelhupform und da kommt jetzt eine Kerze rein. Wenn man ein Windlicht hat, wäre das auch super. Jetzt an dem Tag war es nicht windig, darum konnte ich die Kerze so anzünden. Aber so ein kleiner Glasbehälter drumherum, der passt auch immer noch. Diese Tischdeko hält nicht ewig, aber schon ein paar Wochen. Das Mühlenberg hier trocknet ein und wird dann braun. Den Kranz kann man später noch für andere Sachen benutzen. Und die Chrysanthemen sind irgendwann verblüht. Und dann ist es auch schon Zeit für die nächste Deko, weil irgendwann kommt ja auch mal so eine kleine Adventszeit. Das zweite bunte Exemplar hier ist ein Kranz, einfach nur aus den Blättern von unserem Weinstock. Der gibt wirklich diese ganzen Varianten her. Also es sind gar keine anderen dazugesuchten, aber der hat einfach alles. Das ist natürlich total einfach für mich. Brauchte ich nur abschneiden und habe sie jetzt frisch verwendet. Also ich habe sie nicht getrocknet, weil dann fangen sie an zu bröseln und zu krümeln, sondern ich habe sie abgeschnitten und gleich jetzt hier auf den Kranz gebunden. Meine Blätter sind sehr groß. Man kann auch andere Blätter natürlich nehmen vom Ahorn, von was man da findet beim Spazierengehen. Also Laub gibt es ja im Moment in Mengen, das ist sicherlich nicht das Problem. Aber die Blätter sollten relativ frisch sein. Wie gesagt, wenn sie schon trocken sind, dann schmiegen sie sich nicht so gut an den Kranz an. Ich habe hier wieder den ganz einfachen, günstigen Bindedraht benutzt. Lege das Blatt auf den Kranz. Am Ende, wo der Stiel ist, gehe ich mit dem Draht rüber, binde es fest und lege dann das nächste Blatt wieder über den Draht, sodass die Blätter immer den Draht verdecken. Ganz am Ende hebe ich dann das letzte Blatt vorsichtig an, binde dann den Draht darüber und biege dann das letzte Blatt wieder vorsichtig zurück. Man könnte den Kranz jetzt schon so benutzen. Ich lege die Blätter noch an, indem ich sie noch mit Krampen versehe, damit sie dichter an dem Kranz liegen. Wenn man ihn als Türkranz benutzen möchte, würde ich von hinten auf jeden Fall einen Schutz dran machen. So Filz oder Stoffreste, damit sie nicht so die Tür verschrammen, verkratzen. Das ist auch immer ganz sinnvoll und vielleicht noch ein paar schöne Bändchen reinhängen. Wobei, das ist ja schon recht bunt, da muss also eigentlich gar nicht mehr viel passieren. Bei mir hängt der Kranz draußen, da kommt noch ein Hagebuckenzweig drüber und fertig ist meine herbstliche Dekoration. Ich wünsche allen noch ganz tolle Herbsttage und sage danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!